Pass mal auf, mein Guter, jetzt zeig ich dir mal was, ja? Da, guck dich an. Da, guck dich an! Wer, ich? Wer denn sonst? Da! Na gut, und? Ja, was singst du denn, der Mensch ist Kind? Wer, ich? Ja, Deutschlandlied sing ich, wie alle, oder? Eben nicht. Erstens singst du nicht das Deutschlandlied, zweitens singst du gar nicht mit. Sowas kannst du ja gar nicht hören, hör mal zu. Das kannst du hier gar nicht hören, sowas. Das seh ich doch, guck doch hin, nix, gar nix. Mensch, so ein Lied musst du dir da anhören auf dem Platz, da musst du schon daneben stehen. Ihr sollt bei solchen Spielen anständig singen, Menschenskind. Die ganze Welt guckt zu und du machst da rum wie ein Karpfen mit Zahnschmerzen. Wer, ich? Ich hab vielleicht mehr gesungen wie die meisten anderen, wie ich nicht im Bild war. Aber wenn die Kamera dann so plötzlich, da fühlst du dich so komisch beobachtet und auf einem Mal, da ist da alles. Ich hab euch das ziemlich mal eingebläut. Was verkörperst du im Ausland außer Fußball? Wer, ich? Äh, ach so, ja. Im Ausland verkörper ich außer Fußball noch fair sein und den Teamgeist. Außerdem. Meintest du den? Und, weiter. Unser, äh, unser freizeitlich-demokratische Grundlagen und, ähm, unser nationales Gedankentum oder Reich. Passt. 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 Aber dazu gehört auch immer die Hymne. Klar, aber immer friedlich. Na gut. Ja. Aber man kann nur etwas singen, wenn man auch den Text kann. Klar? Klar. Nur dann kann man, wenn man singt, auch voll dahinter stehen. Na klar. Na schön, dann sag mir mal die dritte Strophe. Wer, ich? Ich kann nur die erste. Bei mir hat er die dritte gelernt. Die dritte. Äh, ich kann, äh, Einigkeit und... Na, das ist doch die dritte. Die singe ich aber immer zuerst. Weil wir nur eine dritte haben. Und wo sind die anderen beiden? Verboten, mein Lieber. Verboten. Besonders die erste. Also, wie heißt es, die dritte? Na, das, was du angeblich immer singst, wenn du nicht im Bild bist. So, ähm, ach so, ja. Also, Einigkeit und Recht viel, ähm, Einigkeit und Recht viel, ähm... Und Recht und... Und Recht und viel... Nein! Nicht viel Recht und... Und nicht viel... Nein! Also, äh, also, Einigkeit, klar, ja? Ja, klar. Einigkeit und Recht und nicht viel... Und jetzt fehlt ein Wort. Da fehlen mehrere, mein Lieber. Mehrere! Nicht viel, äh... Pass mal auf, hier lernt das auswendig, aber diesmal richtig, ja. Wer ich? Weißt du, wer ich bin? Du Funktionär, du, du? Bei mir zu Hause, in meinem Verein, da bin ich der... Lokal-Makador, ja? Du weißt genau, was ich verdiene, soll ich hier bei euch Gedichte aufsagen? Doch, nur die dritte Strophe. Und hör mal, noch eine Kleinigkeit. Wie hältst du die Hände, wenn du singst? Die Hände? Äh, dann die etwa so. Das ist doch beim Freistoß, Mann, wenn ihr die Mauer macht. Mensch, du bringst da ganz durcheinander, also, bei der Mauer, äh... Bei der Mauer, die Hände so wie immer. Wie immer, die Hände, bei der Mauer, so wie immer. Genau so wie immer. Ja. Na, und jetzt, äh, Einzelhaft und recht viel Freizeit, oder was? Ja. Ja. Ja.